Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich werde jetzt zweimal die Woche ein neues Video für euch rausbringen. Und zwar einmal am Sonntag und einmal am Donnerstag, jeweils um 17 Uhr, bis wir alle Fragen, die es in der theoretischen Prüfung gibt, zusammen durchgenommen haben. Heute machen wir weiter mit der Frage Nummer 175 vom Zusatzstoff. Was ist beim Kontrollieren des Reifenluftdrucks zu berücksichtigen? Beladung, Besetzung des Fahrzeugs, Werkstoff der Felgen, Stahl, Leichtmetall, Temperatur der Reifen. Also Beladung des Fahrzeugs ganz, ganz wichtig. Der Luftdruck muss immer der Beladung angepasst werden. Du hast ja auch einen Aufkleber, der steht meistens in der Tür oder im Tankdeckel. Und da hast du einen reifen Luftdruck, einmal bei beladenem Zustand und einmal bei nicht beladenem Zustand. Also sprich, wenn du mit Freunden zum Beispiel in den Urlaub fährst und du haust da 4, 5 Koffer rein und das Auto ist halt voll beladen, dann muss da mehr Luft in die Reifen, als wenn du nur alleine oder mit einer weiteren Person fährst. Der Werkstoff der Felge, das ist vollkommen egal, es hat nichts damit zu tun, also nicht zwingend. Die Temperatur der Reifen ist sehr wichtig und zwar, wenn du, also der Luftdruck wird immer am kalten Reifen gemessen. Wenn du eine gewisse Zeit gefahren bist, dann wird der Reifen nämlich warm und warme Luft dehnt sich ja aus. Das heißt, wenn du versuchst, bei warmen Reifen den Luftdruck zu messen, dann stimmt das Ergebnis einfach nicht, weil du dann viel, also der Luftdruck viel höher ist, als wie im kalten Zustand. Also der Luftdruck wird immer im kalten Zustand gemessen. Sie befahren eine Kurve einmal mit 30 km pro Stunde und ein anderes Mal mit 60 km pro Stunde. Wie ändert sich dabei die Fliehkraft? Bei doppelt so hoher Geschwindigkeit vervierfacht sich die Fliehkraft. Da gibt es auch eine Frage zum Luftwiderstand, da vervierfacht sich der auch bei doppelter Geschwindigkeit. Also die richtige Antwort ist immer vervierfachen. Wodurch wird die auf ein Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei Kurvenfahrt vergrößert? Durch kleineren Kurvenradius. Durch höheren Reifenluftdruck. Durch höhere Geschwindigkeit. Also wenn du mit dem Auto in eine Kurve reinfährst, dann drückt es dich ja nach außen. Und das kannst du beeinflussen, indem du natürlich die Geschwindigkeit anpasst oder den Kurvenradius. Also je nachdem wie eng du diese Kurve fährst, erhöht sich die Fliehkraft. Mit dem reifen Luftdruck hat das Ganze natürlich nichts zu tun. Was ändert sich durch das Mitführen eines Wohnanhängers? Hastige Lenkbewegungen erhöhen die Schleudergefahr. Der Überholweg wird wesentlich länger. Der Bremsweg wird wesentlich kürzer. Also denk dran, du hast da hinten noch ein oder zwei Tonnen am Haken, dementsprechend die Lenkung. Klar, musst ein bisschen aufpassen, ein bisschen sachter lenken. Der Überholweg wird wesentlich länger, das ist richtig. Achtung, hier könnte auch wesentlich kürzer dastehen. Also wesentlich länger ist richtig, denn du hast ja mehr Masse mitzuführen und du darfst ja mit einem Anhänger maximal nur 80 kmh schnell fahren. Der Bremsweg wird wesentlich kürzer, das stimmt natürlich nicht, er wird wesentlich länger, da du ja auch mehr Masse hast, die du abbremsen musst. Was ändert sich durch das Mitführen eines zweiachsigen Anhängers hinter einem Pkw? Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab. Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt. Die Fahrstabilität nimmt zu. So, das Beschleunigungsvermögen nimmt ab, natürlich. Also wir haben einen Anhänger, hier steht zweiachsige Anhänger, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der, ja, ob jetzt einachsig, zweiachsig, das hat jetzt nicht unbedingt was mit den Antworten hier zu tun. Auf jeden Fall können wir nicht so stark beschleunigen, da wir mehr Masse haben. Beim Abbiegen in den Kurven wird mehr Platz benötigt, das ist auch richtig. Stell dir mal einen großen Bus oder LKW vor, der braucht viel Platz zum Abbiegen, weil er, ja, sonst die Kurve schneiden würde. Das ist richtig. Die Fahrstabilität nimmt zu, das stimmt natürlich nicht, also bei einem Anhänger nimmt die Fahrstabilität natürlich ab. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass sich der Anhänger dann mit der Zeit aufschaukelt. Und da gibt es noch eine andere Frage, was du dagegen tun kannst. Ich glaube, die hatten wir sogar im letzten Video und die richtige Antwort ist normalerweise immer die Geschwindigkeitsvermindern. Früher hat man so gesagt, ja, beschleunigen, damit der Zug sich streckt, das ist aber Quatsch. Da schaukelt sich der Anhänger nur noch weiter auf. Sie fahren mit ihrem PKW und Anhänger auf einer Straße mit Gegenverkehr und wollen nach links abbiegen. Was ist beim Wiederanfahren besonders wichtig? Den Gegenverkehr mit der Lichthupe warnen. Das geringere Beschleunigungsvermögen berücksichtigen. An die eigene Zuglänge denken. Genau, also wie gesagt, Beschleunigung, wir haben mehr Masse und die eigene Zuglänge, also damit ist es gespann gemeint, also sprich Zugfahrzeug und Anhänger. Natürlich sind wir wesentlich länger und brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit. Gegenverkehr, Lichthupe warnen, das ist Quatsch. Das wird dann nur in Gefahrensituationen gemacht. Sie fahren einen PKW mit einem ungebremsten Anhänger. Es kommt ein längeres, starkes Gefälle. Was ist richtig? Bremse des PKW durch häufiges Auskuppeln entlasten. Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein. Schieben des Anhängers berücksichtigen. Also hier muss man sich ein bisschen mit der Technik auskennen. Und zwar die erste Antwort klingt vielleicht ganz gut. Bremse des PKWs durch häufiges Auskuppeln entlasten. Also Auskuppeln hat ja so erstmal nichts mit der Bremse zu tun. Das bedeutet einfach nur, dass du die Kupplung drückst. Und wenn du die Kupplung drückst, dann wird ja keine Kraft mehr zwischen Motor und den Reifen übertragen. Das heißt, dass die Betriebsbremse, also deine Bremse da unten, sogar häufiger in Anspruch genommen werden muss. Also das ist natürlich komplett falsch. Solltest du auf gar keinen Fall die Kupplung treten, gerade wenn es bergab geht. Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig niedrigen Gang einlegen. Das bedeutet, wenn der Gang niedrig gewählt ist, dann ist die Motorbremsleistung höher. Die Motorbremse funktioniert allerdings nur, wenn der Gang nicht ausgekuppelt ist, also wenn du die Kupplung nicht getreten hast. Genau, also das ist richtig. Und Schieben des Anhängers berücksichtigen. Also wie gesagt, du hast ja mehr Masse. Und da drückt dich einfach der Anhänger stärker den Berg runter. Achtung, das ist auch wieder eine Frage, die sehr häufig falsch beantwortet wird. Und zwar nehme ich es gleich mal vorweg. Okay, ob die Mitfahrer im Wohnanhänger die Sicherheitsquote angelegt haben. Das klingt super. Ja, du als Fahrzeugführer, du bist ja verantwortlich für alle Insassen und deswegen schaust du auch nach, ob die da alle den Sicherheitsquote angelegt haben. Und dann kreuzt du das an und wunderst dich, warum du dann drei Fehlerpunkte kassierst, denn in einem Anhänger dürfen keine Personen mitgeführt werden. Okay, also die untere Antwort darfst du nicht ankreuzen, die ist falsch. So, die oberen beiden musst du wissen, denn wenn du zum Beispiel den Anhängerführerschein machst, dann musst du immer dann das Fahrzeug mit dem Anhänger verbinden, also das Auto mit dem Anhänger verbinden und dann musst du auch einen Beleuchtungscheck machen. Also musst du dich darüber vergewissern, ob die Beleuchtungseinrichtungen funktionieren. Und dann hast du vielleicht schon mal einen Gespann gesehen, wo das Auto solche riesen Spiegel vorne noch so extra montiert hat. Und die brauchst du, wenn du mit dem normalen Spiegel nicht einem Anhänger vorbeischauen kannst. Also wenn der Anhänger so breit ist, dass du mit deinem normalen Spiegel nicht einem Anhänger vorbeischauen kannst, dann brauchst du nochmal solche Extraspiegel dazu. Und wie gesagt, das untere ist immer sehr gern angekreuzt und das ist natürlich falsch. Ja, also einfach ein bisschen nachdenken. Anhalteweg wird kürzer, wenn der Anhänger nicht gebremst wird, kompletter Quatsch. Reaktionsweg, mit dem Reaktionsweg hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Der Reaktionsweg ist von dir abhängig und nicht von dem Fahrzeug. Und der Bremsweg, der ist vom Fahrzeug abhängig, unter anderem. Und dementsprechend wird er länger. Sie wollen an Ihren Pkw einen einachsigen Wohnwagen anhängen. Was müssen Sie prüfen? Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des Pkw überschritten wird. Ob der Wohnwagen für die Beförderung von Personen zugelassen ist. Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen. Also das mit dem Rückspiegel haben wir ja gerade eben schon gesagt. Dass in einem Anhänger oder in einem Wohnwagen keine Personen befördert werden dürfen. Haben wir auch schon gesagt. Genau, ob die Stützlast und Anhängelast überschritten wird. Das ist sehr wichtig. Das steht nämlich auch in den Fahrzeugpapieren drin. Dementsprechend kreuzen wir das auch an. Genau, und wie gesagt, das mittlere lassen wir frei. Weil wir dürfen keine Personen im Anhänger transportieren. Sie wollen mit einem Automatik-Pkw hydraulischer Wandler losfahren. Was müssen Sie wissen? Erstmal solltest du wissen, was ein hydraulischer Wandler überhaupt ist. Und zwar ist das praktisch die, ich sag mal, Kupplung bei einem Automatikfahrzeug. Also bei den meisten Automatikfahrzeugen. Die haben nämlich eine andere Kupplung. Und, ja gut, das erkläre ich dir jetzt nicht. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Schauen wir uns die Antworten an. Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden. Der Wählhebel darf nur bei stehendem Motor betätigt werden. Die Drehzahl muss wesentlich erhöht werden, damit der Motor nicht abgewürgt wird. Also hier geht es einfach um ein Fahrzeug mit automatischem Getriebe. Und wenn du von der Position P, also Parken, in D für Drive, also Fahren gehen möchtest, dann musst du erst mit dem Fuß auf die Bremse drücken. Kannst dann die Fahrstufe einwählen, also Drive. Und dann gehst du von der Bremse runter und das Fahrzeug sollte dann losfahren. Also das ist in der ersten Antwort gemeint und das ist richtig. Wählhebel darf nur bei stehendem Motor betätigt werden. Das wäre Quatsch, da müsste ich ja jedes Mal den Motor ausschalten, bevor ich da die Fahrstufe wechsle. Also Quatsch. Die Drehzahl muss wesentlich höher sein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist halt ein Automatikfahrzeug. Also das wird das alles selber regeln. Also nur die erste Antwort ist hier richtig. Worauf ist beim Luftdruck der Reifen zu achten? Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad. Luftdruck vor längeren Fahrten verringern. Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen. Gut, also bei der Beladung haben wir auch gerade eben schon gesagt, umso mehr Gewicht du mitschleppst, desto mehr Luft muss in den Reifen rein. Luftdruck vor längeren Fahrten verringern. Also bitte bloß nicht. Besser zu viel Luftdruck als zu wenig im Reifen. Luftdruck regelmäßig kontrollieren. Ja klar, Reserverad. Naja, also ich glaube kein modernes Fahrzeug hat noch ein Reserverad. Vielleicht wenn du dir ein großes Offroad-Fahrzeug kaufst, aber ansonsten nicht. Aber wir kreuzen natürlich das erste auch an. Sie mussten nach einer Reifenpanne das Notrad montieren. Was ist bei der Weiterfahrt verboten? Achtung, das Notrad oder Notlaufrad ist etwas anderes als das Reserverad. Das Reserverad ist ein vollständiger Reifen, den du ganz normal montieren kannst. Und das Notlaufrad ist ein sehr komisch klein, also ein ganz komischer Reifen. Der sieht sehr komisch aus und mit dem darfst du nicht schneller als 80 kmh schnell fahren. Personen mitzunehmen. Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren. Entschuldigung, also was ist verboten? Du darfst nicht schneller als 80 kmh damit fahren. Und du darfst nicht länger als erforderlich damit fahren. Also wie gesagt, das ist ein Notlaufrad. Und das ist normalerweise nicht so wirklich zum Fahren gedacht, sondern einfach nur, um das Fahrzeug zur nächsten Werkstatt zu bringen oder so. Natürlich darf ich Personen da mitnehmen. Also da müssen jetzt nicht alle aussteigen. Und ansonsten halt die Geschwindigkeit. Müsste normalerweise aber auch auf dem Reifen dann noch einmal draufstehen, dass du nicht schneller als 80 kmh schnell fahren darfst. Und noch was ganz kurz zu dem Reifen. In den Reifen kommt, soweit ich weiß, sehr, sehr, sehr viel Luft rein. Also wenn du da den Luftdruck kontrollierst und in deine anderen Reifen kommt irgendwie 2,2 Bar rein, dann kann es sein, dass da irgendwie 3 Bar oder 3, irgendwas reinkommt. Also da musst du mal drauf achten. Beim Fahren merken Sie, dass Ihr Pkw stets nach links zieht. Welche Ursachen sind möglich? Zu wenig Luft im linken Vorderreifen. Linker Hinterreifen stark abgefahren. Falsche Radeinstellung an der Vorderachse. Spur. Sturz. So, ein bisschen logisch überlegen. Das müsste eigentlich 1 und 3 sein. Korrekt. Ich erkläre es ganz kurz. Und zwar, also wenn du vorne links wenig Luft im Reifen hast, dann hast du ja mehr Widerstand. Kennst du vom Fahrradfahren auch. Wenn du wenig Luft im Reifen hast, dann musst du dich mehr anstrengen, um das Fahrrad fortzubewegen. Und dementsprechend, wenn du auf der linken Seite mehr Widerstand hast, dann zieht das Auto natürlich auch nach links. Abgefahren hinten rechts ist, nee, also warum? Falsche Radeinstellung, Spur oder Sturz. Das bedeutet, dass der Reifen, der steht niemals komplett gerade auf der Straße. Du musst dir vorstellen, die Reifen machen immer so eine leichte, wie kann man sagen, so eine Flugform. Also die gehen wie ein V auseinander. Und die stehen auch nicht komplett horizontal, sondern auch so leicht mit einem Sturz, also so leicht geneigt auf der Straße. Das ist wichtig, sonst könntest du nicht richtig fahren. Und wenn du zum Beispiel da irgendwo dagegen gekommen bist, gegen einen Bordstein oder da hattest du einen kleinen Unfall oder sowas, dann kann es sein, dass das verstellt ist. Und dann zieht das Auto halt auch jeweils in die Richtung. Also er neigt zum Untersteuern und Untersteuern bedeutet, dass er vorne ausbricht, also sprich über die Vorderreifen treibt. Die gleiche Frage, ah, die kommt bestimmt gleich. Ja. Wozu neigt ein PKW mit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt? Er neigt dazu, vorne auszubrechen. Er neigt zum Untersteuern. Er neigt dazu, hinten auszubrechen. Also, mit Hinterradantrieb neigt er zum Übersteuern und dementsprechend bricht das Fahrzeug hinten aus. Welche Vorteile bietet eine Antriebsschlupfregelung? ASR. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert. Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer. Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder verhindert. Dazu habe ich mal ein Video gedreht. Ich verlinke es dir rechts oben bei dem I. Das kannst du dir anschauen, dann weißt du Bescheid. Sie wollen einen Anhänger mit Kugelkupplung ankuppeln. Was ist richtig? Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher umschließen. Die Sicherung muss einrasten. Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden. Stützrad so einstellen, dass es während der Fahrt mitlaufen kann. Okay, also das Stützrad wird komplett eingeklappt. Das sollte auf gar keinen Fall mitlaufen. Natürlich muss die Verbindung der Elektronik hergestellt werden. Und die Klaue muss natürlich die Kugelkopfkupplung sicher umschließen. Da gibt es auch eine kleine Anzeige, die dann rausspringt und dir sagt, jetzt ist es richtig verbunden. Was müssen Sie nach dem Ankuppeln eines einachsigen Anhängers mit Auflaufbremse tun? Funktion der Bremse prüfen. Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen. Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens einhängen. Also Bremse prüfen, klingt immer gut. Stützrad, oberste Stellung, ja. Also praktisch so, dass es nicht mitlaufen kann, sondern so, dass es eingefahren ist. Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens. Also sprich, der Anhänger hat ein sogenanntes Abreißseil. Das ist dafür da, dass falls der Anhänger sich aus irgendeinem Grund selbstständig machen sollte, dass durch das Abreißseil noch die Notbremsung bei dem Anhänger ausgeführt wird. Und normalerweise, also wenn es geht, tust du es nicht an der Anhängerkupplung montieren, sondern irgendwo an deinem Auto. Allerdings, wenn das nicht möglich ist, dann machst du es an der Anhängerkupplung. Ja, das kreuzen wir auch an. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal die Frage durchlesen. Was wir tun, vorhandene Stützrad in die oberste Stellung bringen, ja. Funktion der Bremse prüfen, ja. Abreißseil, ja. Das ist alles richtig, genau. Aber wie gesagt, wenn es geht, irgendwo am Auto montieren, wenn nicht, dann an der Anhängerkupplung. Was müssen Sie beim Beladen eines einachsigen Anhängers beachten? Die zulässige Gesamtmasse, die zulässige Achslast, die zulässige Stützlast. Natürlich musst du alles beachten, steht auch im Fahrzeugschein drinnen. Und noch ein kleiner Tipp, also die ganzen Fragen, die wir jetzt gehabt haben, zwecks einachsig und zweiachsigen Anhänger, das macht bis jetzt absolut keinen Unterschied. Sie wollen Ihren einachsigen Anhänger, Auflaufbremse, 1000 Kilogramm zulässige Gesamtmasse, im Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun? Auch hier, also ob einachsig oder zweiachsig oder 1000 Kilo oder 2000 Kilo, ist erstmal vollkommen egal. Was für uns wichtig ist, ist das Gefälle, also sprich, es geht nach unten. Also wir parken diesen Anhänger bergab. Und was müssen wir jetzt tun? Also, wie beim Auto auch, gibt es beim Anhänger eine Feststellbremse, die wir natürlich anziehen. Wir legen die Unterlegkeile vor die Reifen, damit der Anhänger nicht weiter bergab rollen kann. Rückfahrsperre verriegeln, das ist Quatsch, das hat nichts damit zu tun und das kreuzen wir nicht an. Kann man mir aber schon vorstellen, dass das jemand ankreuzt, weil Sperre verriegeln hört sich gut an. Welche gefährlichen Mängel können an einem auflaufgebremsten Anhänger nach längerer Standzeit vorhanden sein? Kabelverbindungen können beschädigt sein. Der Reifendruck kann sich durch Sonneneinstrahlung stark erhöht haben. Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein. Ja, wirkungslos, naja, ja, okay. Gut, also kann sein, dass der jetzt 10 Jahre da im Regen steht. Okay, das kreuzen wir an. Kabelverbindungen beschädigt, ja. Reifendruck durch Sonneneinstrahlung stark erhöht. Also, im Prinzip natürlich, wenn die Sonne drauf scheint, dann wird es warm und dann dehnt sich die Luft im Reifen aus. Allerdings ist das relativ minimal und du verlierst mehr Luft, wenn du, also der Reifen ist ja nicht 100% dicht, da kommt immer so ein bisschen Luft raus. Und du würdest mehr Luft verlieren, als dadurch die Sonneneinstrahlung irgendwie zu gewinnen. Jetzt steht sogar hier nur Anhänger, nicht einachsig, nicht zweiachsig, nicht gebremst, sondern einfach nur Anhänger. Also, wie gesagt, in den meisten Fällen macht es keinen Unterschied. Bis jetzt sogar mit dem gebremsten und nicht gebremsten, ja doch, doch, eine Frage war wegen der Bremsleistung. Aber selbst das, naja, kommt bestimmt später noch. Die Ladung darf nach vorn höchstens einen Meter über das Zugfahrzeug hinausragen. Die Ladung darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens einen Meter über die Rückstrahler hinausragen. Die Ladung muss sicher verstaut werden. Also, natürlich muss die Ladung sicher verstaut werden. Die darf auch keinen vermeidbaren Lärm verursachen. Darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens einen Meter über die Rückstrahler. Genau, also maximal einen Meter, das ist auch richtig. Über einen Meter bräuchte du dann eine Kennzeichnung. Die Ladung darf nach vorne höchstens einen Meter über das Zugfahrzeug hinausragen. Also, wir haben ja hier die Frage, was müssen sie bei der Beladung eines Anhängers beachten? Einen Meter über das Zugfahrzeug? Nein, das kreuzen wir nicht an. Das war ja ein Riesending. Also, Nummer 1 lassen wir frei, 2 und 3 sind richtig. Warum soll beim Befahren eines längeren Gefälles nicht die Kupplung getreten und der Motor gleichzeitig ausgeschaltet werden? Das kann man sich wieder ganz gut vorstellen. Die Frage hatten wir ja ganz am Anfang mit der Motorbremse und der Kupplung. Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung nicht erreicht werden. Okay, die wollen doch auf was anderes hinaus. Die Batterie wird überladen. Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe wird die Lenkung sofort ungewohnt schwergängig. Also, wenn du den Motor ausmachst, dann funktionieren die Nebenaggregate wie Bremskraftverstärker und Servolenkung nicht mehr. Das bedeutet, auch wenn du da voll auf die Bremse drauf donnerst, dann wird die volle Bremsleistung nicht zu tragen kommen. Und das Ganze auch beim Lenken. Also, die Lenkung wird wesentlich schwerer funktionieren. Batterie überladen, so ein Quatsch. Also, mit der Batterie hat das absolut nichts zu tun. Aber du musst wissen, sobald der Motor aus ist, das kannst du ja mal versuchen, wenn du ins Auto einsteigst und der Motor ist noch aus. Und du versuchst dann zu lenken. Also, das ist unglaublich schwer. Und sobald du den Motor startest, kannst du mit einem Finger lenken normalerweise. Also, Lenkhilfe haben wir gerade gesagt, Servolenkung, Lenkgetriebe, okay, von mir aus. Mit dem Reifendruck hat das allerdings überhaupt gar nichts zu tun. Die Bremse an ihrem PKW wirkt stark einseitig. Welche Folgen können beim Bremsen eintreten? Längerer Bremsweg Ausfall des Antiblockiersystems ABS Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs Also, natürlich wird der Bremsweg wesentlich länger, wenn die Bremse nur einseitig funktioniert. Mit dem ABS hat das Ganze nichts zu tun. Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs Ja, das ist schon richtig. Ähnlich wie bei der Frage, die wir vorhin hatten mit Warum, was kann es verursachen haben, wenn das Fahrzeug nach links zieht? Da war ja eine richtige Antwort, wenn im linken Vorderreifen wenig Luft ist. Also, dass da praktisch mehr Widerstand ist. Und so ist es ja auch, dass die Bremse nur einseitig wirkt. Also, sprich, nur einseitig Widerstand herrscht. Und dementsprechend kann das Fahrzeug natürlich dann auch ausbrechen oder in den Schleudern geraten. Wie lange dauert normalerweise die Probezeit? Normalerweise zwei Jahre. Sie fahren mit 80 km pro Stunde hinter einem Auto her. Welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens einhalten? Gut, ich hoffe, das weißt du. Das ist der 2-Sekunden-Abstand. Wie viel Anhänger dürfen hinter einem LKW der Klasse B mitgeführt werden? Das ist nur ein Anhänger. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie hinter Ihrem PKW einen Anhänger mit Auflaufbremse mitführen wollen? Dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges auch auf Autobahnen 60 km pro Stunde beträgt. Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist, als die für den PKW zugelassene Anhängelast. Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden ist. Genau, das mit dem Abreißseil haben wir eben schon gesagt. Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die zulässige Anhängelast des PKWs. Ja, das ist richtig. Also stell dir vor, Moment mal, dass die tatsächliche Gesamtmasse, also sprich, das was der Anhänger wiegt, darf nicht höher sein als das, was der PKW maximal ziehen darf. Klingt logisch. 60 kmh, nein, es wäre zu wenig. Du darfst mit deinem Anhänger 80 kmh schnell fahren. Und auch hier hat das mit der Auflaufbremse nicht wirklich was damit zu tun. Ja, also 32 sind richtig. Allee ist ja eine Straße, in der rechts und links Bäume gepflanzt sind. Viele Bäume und bedingt der Bäume kann es auch sein, dass die Fahrzeuge, gerade große Fahrzeuge, wie zum Beispiel LKWs, mehr Platz benötigen, weil sie sonst die Bäume streifen würden und dann weiter auf deine Fahrbahn kommen. Genau, und der Verlauf einer Allee kann natürlich auch bedingt der Bäume sehr unübersichtlich sein. Was ist für die Wahl der Geschwindigkeit beim Befahren von Alleen mit geringer Fahrbahnbreite von besonderer Bedeutung? Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zum Gegenverkehr. Das bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren Strecke angehalten werden muss. Die schnell wechselnden Lichtverhältnisse erleichtern das Abschätzen der seitlichen Abstände. Sie erleichtern nicht das Einschätzen, sie erschweren es. Also eins und zwei ist richtig, das dritte ist falsch, das kreuzen wir nicht an. Auf einem so gekennzeichneten Beifahrerplatz mit betriebsbereitem Airbag darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden. Auf einem so gekennzeichneten Beifahrerplatz mit betriebsbereitem Airbag muss der Kindersitz in der dargestellten Weise angebracht werden. Ja gut, also da der Aufkleber natürlich schon rot ist, darf es auf gar keinen Fall so montiert werden. Dementsprechend nur in Fahrtrichtung und ja, also nicht so wie es abgebildet ist. Du kannst übrigens den Airbag normalerweise auch deaktivieren. Das kommt wieder aufs Fahrzeug drauf an, aber meistens irgendwo beim Handschuhfach gibt es da einen Schalter, den du meistens mit dem Schlüssel bedienen kannst und da kannst du den Beifahrerairbag deaktivieren. Sie wollen nach einem Kindergeburtstag mehrere kleine Kinder nach Hause bringen. Was ist bei der Beförderung in ihrem PKW zu beachten? Das Anschneiden der Kinder mit den vorhandenen Sicherheitsgurten reicht aus. Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern. Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden. Ja gut, klar. In Deutschland musst du alle dementsprechend natürlich angurten. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Fahrzeug mit Beifahrerairbag fahren wollen? Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden. Auf dem Beifahrersitz darf eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden. Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht werden. Genau, haben wir gerade gehabt. Darf nicht und wenn nur in Fahrtrichtung. Das war dieser rote Aufkleber. Bis zu welcher Höhe darf die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragen? Das sind 2,50 Meter. Gut, genau. Das waren wieder 36 Fragen für heute. Dann sehen wir uns am Donnerstag zur Fortsetzung wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020